wir machen heute weiter mit unserer kleinen mission hier fahren heute die letzte route nein ich will selber fahren so wir sollen haltestellen aufwerten das heißt es sind insgesamt jetzt noch sieben sechs sind es noch und das ist das große ziel wir wollen nämlich jetzt step-by-step alle schon erfahrten also wir gehen jetzt quasi wenn wir jetzt aufnahmefinale aufwerten vielleicht heute letzte folge wird es wahrscheinlich nicht werden aber ich weiß noch nicht mal gucken ja jetzt ist es mir so viele alte stellen wie ihr vorher ich habe hier angefangen mit 17 18 20 und bin mittlerweile runter auf 7 auf 6 ich habe jetzt noch ein mikrofon das umgestellt weil ich habe so klein ist mir die stadtmikro das habe ich auch bereitgestellt und da bin ich jetzt quasi ein paar meter weiter ich hoffe dass ich jetzt nicht mal kommt kickstreet da sind wir heute sind ich habe die wurst jetzt auf 87 gestellt und damit sind es nur noch fünf ich habe den rollstuhlfahrer uns gesehen 80 ich könnte würde ich gerne rein aus dem rollstuhlfahrer ich kann gerade nicht weil da jeder jetzt einste die haltestelle ist da vorne die tausend jones street ja wir bleiben komplett hier heute der nächsten nachfolgen hier in welches bringt zumindest das war den stadtteil hoch haben es sind ja jetzt noch weniger es gibt 1 2 3 4 5 einzustellen wie ihr da mittlerweile seht wir haben ja noch ein bisschen zeit wir machen wir machen wir haben noch ein bisschen was zu tun freue mich darauf jeden fall einfach so viel fahren steht ist ja bei drive club und die motorräder noch das kommt ja vielleicht auch noch mal so eine fahrkarte bitte ja jetzt geht es schon zu haben das go street ich habe jetzt ein bisschen praktischer gedacht ich habe jetzt noch zwei folgen und dann haben wir es eigentlich noch durch so eigentlich nicht aber egal ist es spiel ja adios bye-bye es gibt nichts über eine katze so die halte ist hier vorne ist kein street ich könnte mit so wenig halte schon dreimal fahren sogar ich habe sie dreimal so es wird ja immer weniger ich würde jetzt auch hier untersetzen dann sind es nur noch 4 1 2 3 4 weiter geht's fahren wir nochmal ich fahre sich auf einlass wir sind jetzt insgesamt noch vier haltestellen pro links step by step geht jetzt hoch und dann haben wir hoffentlich beide abgeschlossen dann ist das große große finale das heißt dann die mission aber kostet alle stoppteile abfahren und dann hätten wir es also eine rote zu farblich alle stadtteile so rum ist es richtig bei einer alle stadtteile drin sind jetzt müssen wir so nämlich auch drin lassen die rote zu versuchen nicht ausschleichen das werden wir jetzt auch tun nicht tun ja für eine schöne stadtteile da ist ja wenn du es sowieso geht wird genau go street und dann haben wir sie geschafft da sind wir schon wieder ich hoffe dass wir sogar diese folge ich möchte mehrere kaufen kannst du gerne haben nicht so nicht so ich möchte jetzt hier vorne ich möchte jetzt hier vorne ich möchte jetzt hier vorne kurz weil ich kann jetzt ausgebaut werden nur noch drei haltestellen dann haben wir es geschafft dann alles gut diese folge sind einfach zu viel genau heute waren auch schon rein so jetzt kann ich natürlich keine haltestelle mehr rein die eigentliche nicht mehr rausnehmen weil wir alle rote haben muss ja vier haltestellen müssen es haben und deswegen wir hätten dann nur noch drei also zwei vierer und eine drei jahre dann etwas also es geht jetzt durch das sind jetzt die zwei wiese ich fahre sie jetzt nach und nach so ein bisschen runter die drei ist auf vier so senioren ticket tageskarte 3 wenn man das auch soweit das große auf das große abfahren hinter der schwelle mir das go street leider noch nicht die wird sich noch ein bisschen aber wir haben alle vier drei vierer noch übrig dann hätten wir so alle komplett einmal und dann haben wir sie noch mal kommt die kleine jetzt durch das ist jetzt schwachsinn in der folge doch durchzumachen sie ballert jetzt hier die stadt dann noch mal durch das ist jetzt nicht mehr so viel ist jetzt schwachsinn in der mama hat die folge etwas länger ich hoffe dass es sind kriege ohne probleme ich setze mich jetzt nicht ein und wieder das freihaltestellen du ja das haben wir fast klar das ist meine eigene schuld aber ein bisschen zu schnell angefahren so also ich sage ja ein fußgänger pro folge ist immer drin egal alles gut ist schon passiert ich weiß gar nicht ob es irgendwelche große statistiken abschlussstatistiken gibt die unfälle für kosten verursacht haben wir sind wieder da das geht jetzt nicht so zwei stellen noch dann haben wir die das hier aus jones natürlich noch musik klar wird schon überraschung ich liebe es einfach wie pünktlich die busse sind ich dachte wir haben kutschen dem typen noch sagen wir mal was wenn ich als musik aus machen der eiler ist sie kann man und schwarzfahrer bist du sicher letztes mal hast du das auch gesagt ich will noch ein schwarzfahrer mich gekommen hier ist die fahrgasse und hier ist das foto meiner klasse ich habe zwar auch katze aber der ist nicht mauzi kein fahrgast ohne gültigen faschern auch gut so ich brauche nur der freie sicht da ist hier in you ich hoffe dass wir dann alle haltestellen haben ich will noch ein bisschen was es wird die solutions und die so tax karte wenn man die tür blockiert kommt der busfahrer und schimpft dann soll man ja richtig schlechte lauter plötzlich draußen stehen das war schon eine der fünf so ist auch schon zwei haltestellen auch wir uns geht ja einmal rund um das sind diese vier dinge vier dinge ich würde so gerne fanfiction zu spring of perfection schreiben die charaktere sind so interessant aber noch nicht ist doch nicht da heute scheint die sonne auch es geht und es geht was ist was sondern es geht ich ich So, weil die Spring ist, fehlt tatsächlich diese eine Haltestelle wieder, die vorletzte. Ich hasse solche Leute, herzhaft, willst du jetzt da vorne blöde rumstehen? Hallo! Ja, komm ruhig, komm ruhig da noch, komm ruhig da noch ein Geschissen. So, bitte. So, Jefferson Street ist die nächste Haltestelle, na klar, das ist normal jetzt, dass es jetzt gerade darum geht, noch jetzt eine Haltestelle mitzunehmen, eine fehlt noch, nur die Haltestelle Nummer 3, die South Jones Street, fehlt uns doch auf unser Glück und dann hoffe ich, dass wir alle Haltestelle noch fünf haben. Bleib doch da stehen! Ja, ich liebe es! Selber schuld, du Idiot. So, wenn du doch abbiegen musst von mir. Freunde, da bin ich wieder. Ja, mal! D Jackfosson Street! Oh ja, da muss jeder scheiß Fahrzeuge . Ich will das Ding jetzt noch zu Ende machen, diese Aufwertungsrunde. Ja, wenn der Schatz-Fahrgast da mal die Tür nicht blockiert würde. So, ich muss jetzt natürlich weitergehen, weil du deine Scheiß-Tür, die Tür blockierst, den liefst du, dass du fahrgabend bist. Ja, ich wollte mir sicher gehen, dass du dich jetzt irgendwie noch... So, Halt schon mal zwei, ist natürlich schon aufgewertet. Jetzt hätte ich gesagt, ich hätte nur noch die eine, die halte schon mal drei. Hör weg. So, the next one. Das ist die Heide-Nasgrohe-Street. Das ist die Heide-South-Johnstreet. Ja, die Kappel. Ja, mach ich. Bin schon dabei. Es lässt mich gerade noch nicht die letzte Haltestelle auswerfen. Das ist dieser geile Haltestelle. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, tust du. So. Ich weiß nicht, wie hat ich das gemacht? Ja, für die nächste Runde. Der gelbe Balken zeigt ja mal, wie weit die Haltestelle aufgewartet werden kann. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Runde das schaffen kann. Jetzt müssen wir noch eine Runde fahren. Also wir fahren die so lange, bis wir sie durch haben. Das ist wirklich nur noch diese eine Haltestelle. Wir liegen hier alle beieinander. Ist egal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Falls es da eins gibt. So. Okay. Weiter geht's. Einmal nochmal eine Runde. Eine Rundreise. Weiter geht's. So. Das ist mein anderer Bus. So. Ja, fahren wir mal wieder zur Jefferson Street. Natürlich. Welche Überraschung. Das machen wir doch gerne. Die kennen wir doch wieder bei der Hin- und Auswende schon. Die, dass ich jetzt gerade da einschalte, zwei Haltestelle hinzunehmen. Ja, Leute. Ich vermute, dass wir eine der anderen Haltestelle auf sechs kriegen, bis wir die anderen auf vier kriegen. Aber ich höre die... 2 Euro. 2 Dollar. Achso. 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 Homer einfach, wir schaffen es jetzt in der Runde oder wir schaffen es in der nächsten. Also, der Balken ist fast voll. Aha! Izzaria, wir können hier auf sechs jobst mit dir die Idee? Ja. Ich lass die jetzt ein. Ich will die Mission gleichzeitig abschließen. Ich weiß, ich könnte sie jetzt hochmuschen, aber warum soll ich das aufmachen? sie würde mich jetzt natürlich dazu bringen die eine mission abzuschließen aber warum soll ich jetzt wir quasi den moment zwei mission gleichzeitig abschließen zu können ausnehmen so lieber gott ich bitte auf mich jetzt diese halbe stelle es ist natürlich kurz vor dem ende sollen wir noch ein paar ganz eingeschlafen die machen so wie man hat bitte lasst mich jetzt noch die einheitliche laufen damit wir heute tatsächlich die reihe bekommen die mission abzuschließen zumindest zwei von diesen haben wir noch eine ganz große mission alles noch einmal rund zu fahren bitte lieber gott ich bitte lass es jetzt einfach so sein nein tut er nicht doch tut er jetzt es wird so wo fängt die stelle oder das ist wenn die rote noch nicht beendet ist offiziell das ist eine halte oder fünf das ist eine stadt also noch für mich fehlt noch eine halte stelle ja weil ich da jetzt oder fehlt es richtig auch bitte nicht ernsthaft ich habe echt jetzt irgendwo eine halte stelle vergessen ich darf ich mir tatsächlich der voll jetzt darf ich mir tatsächlich da habe ich mir tatsächlich haus suchen das ist lustig das geht aber das geht aber also ist auch gut haben wir durch haben wir haben wir haben wir haben wir es fehlt eine haltestelle tatsächlich sehr ich hoffe ich habe die du am vergessen aufzuwerten schaffe ich milburg Denali Research Sunkiss Arnold Park Indigo Hill Seaview Bauer alle Bushaltestelle für 5 aus Ich verhasche den jetzt gerade Das ist jetzt echt blöd, habe ich jetzt eine Haltestelle nicht vergessen? Aber eigentlich müsste ich doch alle haben oder nicht? Apple Farm Greenwood Fields Sunshine Retreat Gold Island Tourist Center Regatta and Jetty Oder zählt es tatsächlich, wenn ich die Haltestelle über Stufe 5 habe Dass ich die nicht hochpushen darf? Darf ich die jetzt nicht auf 7, 8 haben? Ich muss ja wissen Warte mal Ich muss jetzt gerade gucken Nicht, dass das jetzt wirklich daran liegt, dass ich es manchmal schon höher habe Alle Haltestelle auf 5 ausbauen Ja 10, 5, 4 Ja, das war Ja Ja Es steht jetzt nicht hinten drin Aber ich wünsche, dass ich tatsächlich Dass ich jetzt tatsächlich alle Haltestelle ausbauen Und dass ich manchmal eigentlich wieder runterziehen muss Ich versuch's jetzt einfach mal Ich mach das jetzt so Ich mach das jetzt so Weil nicht, dass es daran liegt Da fällt Haltestelle 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 Dann ist jetzt auf 4 hoch Also das heißt Es das alles Kann sein wenn ich sie runter pushe auf unter 5 sagt er mir war der park wieder runter wo ist die facke halte stelle ein lander park hotel blöde frage ich habe jetzt eine halte stelle vergessen ich weiß aber nicht wo eigentlich habe ich doch alles oder nicht oder wissen wir es jetzt nicht ich habe so viel arbeit reingesteckt ist das wirklich eine von den neuen halte stelle die ich nicht drin habe das geht mir jetzt gerade das nervt mich jetzt gerade arnold park ist ja auch als er nur die eine weil er mich jetzt verarschen ich habe alle haltestellen auf fünf sind alle haltestellen das sind allerdings auf fünf aber warum und das ist nur scheiß back jetzt gerade alle bushaltestellen auf fünf aus das habe ich doch gemacht ich bin durch ich habe das spiel also so kann ich aber jetzt so kann ich aber nicht das finale angehen ich suche in der nächsten folge noch mal weiter vielleicht habe ich damals immer sehen ab- 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 Das war's für heute.